Der Sportsbar Gesundheitstipp wird Ihnen präsentiert vom Metropol Medical Center Medizin der kurzen Wege. Ja und heute geht es um die sportmedizinische Vorsorge. Da begrüße ich Dr. Rainer Müller-Hörner bei mir. Hallo. Hallo. Sind Sie auch im Derby-Fieber? Voll. Voll? Also gar nicht? Ne, geht so. Also ich bin eher auf der Ausdauerschiene. Ich meine, mit Fußball blicke ich einigermaßen durch, aber es ist jetzt nicht so die ganz große Kernsportart von mir. Dann nur ganz kurz, bevor wir ins Thema einsteigen, wer gewinnt? Ist mir prinzipiell so ein bisschen egal, aber so als eingeborener Förder wäre man ein bisschen lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann sind wir ausgeglichen. Sebastian ist für den Klub, Sie sind für die Förder. Dann steigen wir ein. Sportmedizinische Vorsorge. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, also es gibt zwei Sachen. Zum einen ist es so, wir betreuen viele Leistungssportler. Die sind im Prinzip eigentlich ganz gut versorgt. Schwerpunkt ist aber die ganz normale Sportmedizin im Freizeit- und Gesundheitsbereich. Und da machen wir unheimlich viel Vorsorgeuntersuchungen vom EKG bis Belastungs-EKG, Leistungsdiagnostik und so weiter. Das ist eigentlich so einer unserer Schwerpunkte. Ist es dann genau richtig oder wichtig für die Einsteiger, die jetzt so wie ich seit zehn Jahren keinen Sport mehr machen und jetzt wieder von 0 auf 100 loslegen wollen? Ja, ich finde es super wichtig. Ich meine, man muss nicht gleich eine Leistungsdiagnostik machen, aber es geht schon ein bisschen darum, zu schauen, ob irgendwelche Risikofaktoren da sind, ob irgendwas passieren kann im Sport. Das ist wirklich super wichtig. Was gibt es da Genaues? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich zu Ihnen komme und sage, okay, ich will jetzt wieder mit dem Sport anfangen. Was muss ich tun und wie steige ich ein? Na ja, sagen wir mal, das Allerwichtigste ist, dass der Doktor einfach mal so fragt, was so los ist. Weil man kann einfach mit Befragen und Erzählen unheimlich viele Sachen abklären. Und die ganze Gerätemedizin, die kommt dann hinterher, aber auch nur, wenn es wirklich notwendig ist. Ist die Vorsorge in dem Punkt auch viel wichtiger, weil wenn ich loslege und dann irgendwie Probleme mit meinen Füßen oder mit meinen Gelenken bekomme, langwieriger, dass ich dann länger keinen Sport mehr mehr treiben kann? Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, die Vorsorge ist das A und O. Und wenn Sie mal eine Verletzung im Prinzip am Hals haben, dann zieht die sich im Normalfall relativ lang und man kann halt das, was man eigentlich vorhatte, nicht mehr realisieren. Viele Amateursportler gehen ja auch nach dem Vorsatz vor, viel hilft viel. Ist es an dieser Stelle auch? Sagen wir, okay, ich fange lieber langsam an, anstelle, dass ich gleich rausgehe und kilometerweit im Wald rumrenne? Also dem Doktor hilft es auf jeden Fall vom Umsatz her, wenn man so vorwärts geht. Im Normalfall ist es einfach optimal, wenn man langsam ins Training einsteigt, sich ein bisschen beraten lässt. Und dann, wenn man so ein paar Grundgesetze des Trainings einhält, kann eigentlich normalerweise nicht viel passieren. Grundgesetze, die sind? Ja, dass man ganz einfach langsam anfängt, dass man sich vorher ordentlich anschauen lässt, ob auch orthopädisch alles in Ordnung ist, so von der Statik her. Dass man sich vom Herz-Kreislauf-System mal anschauen lässt und dass man einfach von den Intensitäten her nicht übertreibt im Training. Gibt es nur ganz kurz zum Schluss noch einen Unterschied zwischen Sommer- und Winterzeit, wo ich aufpassen muss? Ja, wenn man es gewöhnt ist, dass man im Kalten trainiert, dann ist es okay. Und wenn man es gewöhnt ist, dass man im Warmen trainiert, ist es in Ordnung. Ich meine, man sollte halt nicht die erste Trainingseinheit im Sommer bei 35 Grad plus realisieren, sondern ganz einfach da ein bisschen auf die Temperaturen achten. Und genauso im Winter, wenn es minus 20 Grad hat, würde ich jetzt nicht gerade meine erste Laufeinheit im Wald absolvieren. Dann bedanke ich mich für Ihren Besuch. Herr Rainer Müller-Hörner, so heißt es richtig. Ich bin heute schon auch ein bisschen durcheinander. Danke für den Besuch im Studio. Und das war unser Sportsbar-Gesundheitstipp. Der Sportsbar-Gesundheitstipp wird Ihnen präsentiert vom Metropol Medical Center Medizin der kurzen Wege.